Aus dem Wiederkehrenden befreien oder Neuland braucht das Land. Tatsächlich aus dem Wiederkehrenden sich befreien oder vielleicht besteht das Leben darin, dass Dinge wiederkehren bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Wendepunkt, bis zu einer gewissen Gabelung, also eine bestimmte Wegstrecke oder eine Lebensperiode. Und das ist wichtig, dass die Dinge wiederkehren, dass wir zum Beispiel Konfliktmuster haben, dass wir die gleichen Muster von Verliebtsein haben oder eben von Verhaltensmustern haben, die wir erworben haben im Laufe des Lebens. Und die sind uns dann immer wieder bekannt und dadurch analog oder ähnlich. Und natürlich ist in dem Ähnlichen noch immer etwas Neues drin. Einerseits ist es ähnlich und bekannt. Das brauchen wir als Menschen, das Bekannte, um überhaupt auch Neues entdecken zu können. Aber es sind natürlich wiederkehrende Dinge, die uns immer wieder passieren oder die wir immer wieder anstreben, in denen wir immer wieder drin sind und wo wir uns dann ab und zu fragen, warum kehrt es immer wieder? Warum ist es scheinbar immer wieder etwas Gleiches? Es ist ja nicht die Wirklichkeit das Gleiche, aber immer doch zumindest etwas Ähnliches. Und hier dann diese Botschaft, wenn ich es ganz profan ausdrücke, Neuland braucht das Land. Wenn wir das Land eben als Metapher unseres Lebens sehen oder unserer Existenz, dann brauchen wir immer wieder Neuland, um neu zu entdecken, um geradezu zu explorieren, wie die Forscher oder die Menschen, die sich auf den Weg machen, etwas zu entdecken. Also Entdecker in dem Sinne. Und insofern ist es eine große Herausforderung, dass wir uns als Menschen auch immer wieder dann und wann aus dem Wiederkehrenden befreien. Also die immer gleiche Leier, da fängt einer an, hier rumzutröten oder irgendetwas und du denkst, wieso trötet der jetzt immer wieder rum? Also warum gibt der immer wieder in negative Art und Weise sich preis und kommuniziert? Oder du merkst es bei dir selber vor allem dann auch. Du merkst, immer wieder fällst du in die gleiche Angst hinein, in die gleichen Zweifel hinein, in die gleichen Zwanghaftigkeiten hinein. Und ich könnte jetzt die ganze Störungspalette von psychiatrischen Störungen aufzählen in der Möglichkeit. Und irgendwann denken wir dann, wozu, warum? Und dann versuchen wir uns daraus zu befreien und versuchen tatsächlich Neuland zu gewinnen, um das zu überwinden, um zu etwas Anderem und in dem Sinne zu etwas Weiterem zu kommen und zu erlangen. Also weiter zu werden. Nicht immer das Gleiche zu erleben. Das Gleiche hält uns fest. Das Gleiche trägt natürlich auch immer wieder die gleiche Botschaft in sich. Also in dem Sinne der Sinngebung oder der Erkenntnis oder der Bewusstheit. Mein Gott, was tue ich denn da jetzt gerade zum wiederholten Mal? Ich tue ja eigentlich immer das Gleiche. Ich mache ja immer dasselbe und es ist nicht schön, was dann passiert. Also wenn es sich um negative Dinge handelt, aber auch durchaus um positive Sachen handelt. Wie oft wollen wir das Schöne, das wir mal erlebt haben, wiederholen. Das ist unser Wiederholungsdrang. Das ist auch der Drang, alles im Leben planbar und vorhersagbar zu machen und antizipieren zu können. Und so einen Lebensplan, den wir selber entworfen haben, praktisch abzuarbeiten. Und das ist natürlich nicht möglich, glücklicherweise, weil uns immer etwas dazwischen kommt und es nicht immer das Gleiche sein kann. Und das Gleiche ist natürlich oft für uns als Menschen das Konflikthafte, das Problematische. Wo wir Schmerzen haben, wo wir selber Leid haben und anderen Menschen Leid zufügen oder der Welt Leid zufügen. Und insofern bleibt uns nichts weiter übrig, als immer wieder zu probieren, zu wachsen und darüber hinaus zu wachsen, das zu erlösen, das beiseite zu legen, etwas Neues zu tun und in dem Sinne tatsächlich die Dinge neu zu entdecken. Und das können wir dann Entwicklung nennen. Um nochmal zu sagen, jedes Wiederkehrende hat ja eine Botschaft. Wenn ich das anhand der Konfliktmuster festmache, dann geht es darum, meinetwegen in einer Psychotherapie, ganz klar Konfliktmuster aufzuzeigen. Einem Menschen, mit dem du arbeitest, Konfliktmuster aufzuzeigen, damit er sich dessen bewusst wird und sieht, aha, guck mal, hier ist dieser Mechanismus, diese Dynamik, die wiederkehrt an der und der Stelle, mit dem und dem Auslöser, mit dem und dem Trigger. Und eben dann in der Folge eine Befreiung davon zu erlangen und nicht immer das gleiche und ewig grüßtes Murmeltier zu erleben. Also im Sinne von erlebt, gekannt, durchschaut und erlöst, wenn wir diesen Viererschritt machen würden. Ich erlebe es, vielleicht mehrfach, immer wieder im Leben, gekannt, ich kenne es, es ist wohl bekannt und dadurch wird es natürlich auch konditioniert. Und das ist etwas, was in mir als Komplex drin ist, aber ich durchschaue es und ich durchschaue es immer mehr und ich durchschaue es immer weiter im Sinne einer Bewusstseinserweiterung und dann wird es irgendwann mal erlöst, weil es seinen Zweck gehabt hat und etwas anderes daraus entstanden ist. Das heißt, unser Sein hat unterschiedliche Ebenen der Bewusstwerdung, des Erkennens und aus dem sich Wiederkehrenden zu befreien, bis eben hin zu, meinetwegen, zu dem Begriff der Erleuchtung. Oder im Es ist erlebt, wenn ich diese Vorsilbe nehme von Leben, er lebt. Es hat seinen Zweck gehabt, es war wichtig, es hat seinen Sinn gehabt in diesem Alter, das ich hatte oder unter diesen Umständen, unter denen ich gelebt habe. Und damit sind wir beim Sinn von Lebensprozessen angekommen. Der Sinn von Lebensprozessen sind nichts weiter als Erkenntnisprozesse und damit eben Befreiungsprozesse, Erlösungsprozesse. Das Wiederkehrende ist einerseits positiv bekannt, also erstrebt und andererseits weist es auf Weiteres und bekannt Abzuschließendes. Tatsächlich auf Abzuschließendes, weil es bekannt ist, ich habe es erkannt, ich erkenne etwas. Wenn ich etwas erkenne, wirklich erkenne und durchdringe, dann kann ich natürlich auf dieser Erkenntnis-Ebene bleiben, also auf dieser Erkenntnis-Gedanken-Ebene bleiben. Ich kann es aber auch umsetzen in mein Leben und kann sagen, wenn ich es mal vollkommen erkannt habe, dann brauche ich es nicht mehr zu vollziehen. Und viele Menschen haben ein enormes Problem, dann oft etwas, was sie erkannt haben oder scheinbar erkannt haben, auch umzusetzen. Aber diejenigen, die es umsetzen, wie gesagt, man kann sich auch mit der Erkenntnis-Ebene begnügen und dann raucht man trotzdem weiter, obwohl man weiß und auch wirklich fühlt und mit allem beteiligt ist, dass das Rauchen schädlich ist, um ein profanes Beispiel zu nennen. Aber ich kann eben auch das Rauchen sein lassen und dann wirklich den Schritt meiner Entwicklung machen und damit meine Erfüllung machen als Mensch, etwas mehr zu werden, weiter zu werden als das bisher Bekannte. Das, was bekannt ist, ist gut, es hat seinen Sinn, aber in das muss ich nicht immer wieder zurückkehren, auch im Sinne einer Regression, eines Kindlichen. Ich gehe immer wieder in den Mutterschoß zurück, sondern ich entdecke etwas Neues und ich entwickle etwas Neues. Und dadurch mache ich geradezu Quantensprünge im Leben, um mich zu entwickeln als Mensch. Natürlich geht es ganz häufig um das zu Überwindende, das Problematische, das ich letztendlich selber kreiere in meinem Leben, kann ich überwinden. Das ist ja die Botschaft dahinter. Erlöstes, wirklich Erlöstes kehrt nicht wieder und führt dadurch zu einer Erweiterung des Persönlichen hin, vielleicht sogar zu einem Überpersönlichen oder zu einem Stärkeren als nur das rein egozentrisch Persönliche. Das heißt, der Sinn des Lebens ist nichts weiter als Erweiterung, als Persönlichkeitserweiterung. Und insofern aus dem Wiederkehrenden befreien, weil das Wiederkehrende ist einerseits so schön bekannt und mulmig schön oder blöd, aber ich kenne ja nichts anders. Und oft hat man den Eindruck bei vielen Menschen, es ist so. Und dann machen sie also das Schädlichste, Schädliche, Beispiel, dieses profane Beispiel Rauchen, sie tun es trotzdem, wieder besserer Erkenntnis eigentlich auch und befreien sich dadurch nicht wirklich. Aber die Herausforderung in unserem Leben ist, ein Neuland braucht immer wieder das Land, das bekannte Land, die bekannte Landkarte braucht tatsächlich auch immer wieder ein Neuland, das zu entdecken gilt. Insofern sind wir alle Explorierende, wir sind alle Forscher, wir sind alle Reisende auf einem Weg der Erweiterung dessen. Das kann man natürlich sehr zwanghaft machen und damit bekommt man dann auch wieder ein Problem. Aber letztendlich ist der Sinn von Lebensprozessen diese Erweiterung und dieses Höhere Erkennen und Begreifen aus dem Wiederkehrenden befreien. Neuland braucht das Land.